Wie wär das? Oh, ja. Das ist Hitman. Das ist Jays Lieblingsspiel. Wobei war Hitman nicht... Hitman hab ich die Teile eingespielt. Naja, wenn das Spiel gut programmiert ist, dann ist das bestimmt cool. Da bin ich interessiert. Das sieht überhaupt nicht nach Hitman aus. Aber war ein Hitman schon mal PS5? Dann Hitman-Multiplayer? Ja, nee. Wobei IO Interactive fand nicht mehr so viel Money. Vielleicht haben sie einen Grund gekauft. Hitman... You find yourself alone. Da war auch noch kein Agent Proton. Ja. Hitman 3. Jo. Geil. Da hab ich Bock drauf. Aber ich bezweifle, dass er nur viel PS5 kommt. Ja, dass solange man nicht einfach irgendwelche Stücke wieder auf alle werfen kann und die One gehittet werden, dann ist alles cool. Vielleicht ist das ja wieder so... Vier Wochen oder so exakt.